Meine Damen und Herren, Sie haben heute Abend viele bekannte Melodien gehört, viele Evergreens. Jetzt möchte ich Ihnen meinen neuesten Lied vorstellen. Aber bitte halten Sie mir die Daumen, dass es kein Nevergreen wird. Sie wohnt mit ihrer Familie im Hinterhaus. Manchmal am Abend geht sie in die Stadt hinaus. Fremde Welt, grelles Licht, zeichnen Angst in ihr Gesicht. Aber da hört sie vom Band, wie Musik erklingt. Da gibt es Freunde, man lacht und man tanzt und singt. Wie Traum tritt sie ein. Hier ist sie nicht mehr allein. Das Mädchen aus Athen hört und versteht in der Welt überall die Sprache der Musik. Und wenn sie tanzt, findet sie jedes Mal ein kleines bisschen Glück. Das Mädchen aus Athen will gar nicht wieder nach Hause gehen. Tanze mit ihr und sie wird sich bestimmt mit dir verstehen. Das Mädchen aus Athen. Tanze mit ihr und sie wird sich bestimmt mit dir verstehen. Was könnt ihr denn? Vielen Dank.